Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Die heutigen Verse, die wir uns anschauen wollen, inshallah, sind die Verse 197 bis 203. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Vers 197 Al-Hajju ashrum ma'lumat Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und was ihr an Gutem tut, Allah weiß es, und versorgt euch mit Reisevorrat, denn der beste Vorrat ist die Gottesfurcht. Und fürchtet mich, oh ihr, die ihr Verstand besitzt. Es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Doch wenn ihr von Arafat her geströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irregehenden gehört habt. Hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiter strömen und bittet Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Wenn ihr dann eure Riten vollzogen habt, dann gedenkt Allahs, wie ihr eurer Väter gedenkt oder mit noch innigerem Gedenken. Unter den Menschen gibt es manch einen, der sagt, unser Herr, gib uns im Diesseits. Doch er hat am Jenseits keinen Anteil. Und unter ihnen gibt es aber auch solche, die sagen, unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Für jene gibt es einen Anteil an dem, was sie verdient haben, und Allah ist schnell im Abrechnen. Und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen, wer sich jedoch in zwei Tagen mit dem Aufbruch beeilt, den trifft keine Sünde, und wer länger bleibt, den trifft keine Sünde. Das gilt für den, der gottesfürchtig ist. Fürchtet Allah und wisst, dass ihr zu ihm versammelt werdet. Es gibt eine Fortsetzung aus den Versen über die Pilgerfahrt, rechtzeitig zu dem Monat Dhul-Hijjah, der Inshallah jetzt aktuell wird, und zwar Inshallah morgen anfängt. Allahu Akbar. Inshallah morgen der erste Tag von Dhul-Hijjah, wo Allah S.W.T. sagt, die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Die bekannten Monate sind in der Sunna des Propheten S.A.W. erklärt worden. Und zwar Shawwal, Dhul-Qi'adah und Dhul-Hijjah. Das heißt, der neunte, entschuldigung, der zehnte, elfte und zwölfte Monat des Mondkalenders. Und Allah S.W.T. hat gesagt, wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben. Wann darf man Ihram beginnen? Bei Ihram darf man, bei der Mehrheit der Ulama, ist es am besten, dass du frühestens anfängst in Shawwal. Es ist am besten, dass du frühestens anfängst in Shawwal, dich in den Ihram-Zustand zu begeben. Und der späteste Zeitpunkt ist kurz vom Fajr am Eid-Tag. Kurz vom Fajr am Eid-Tag des zehnten Tages. Und wer nur einen Augenblick in der Nacht von Arafat auf den Eid-Tag in Arafat gewesen ist, dann ist sein Hajj in Ordnung und er kann sein Hajj weitermachen. Denn der Gesandte Allah s.a.w. hat gesagt, er war in Arafat, Entschuldigung, er war in Muzdalifah, er war in Muzdalifah, nach dem Fajr-Gebet in Muzdalifah, hat er gesagt, gemeint ist das Fajr-Gebet in Muzdalifah, Das heißt, wer dieses Gebet mit uns mitbekommen hat, gemeint ist das Fajr-Gebet in Muzdalifah, und vorher in Arafat gewesen ist, entweder nachts oder tagsüber, dann ist sein Hajj vollendet. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Sahih. Deswegen haben die Gelehrten gesagt, der letzte Zeitpunkt, wo man in Arafat gewesen sein muss, ist kurz vor dem Fajr am Tag vom Eid. Wenn man das gemacht hat, dann kann man sein Hajj vollenden. Wenn man das nicht geschafft hat, dann ist die Hajj ungültig und man wiederholt sie ein Jahr später. Und die Aussage Allahs, wer in ihnen die Durchführung, also er sagt, es sind bekannte Monate, warum bekannte Monate? Weil sie schon bekannt waren vor dem Islam. Und die Araber den Hajj kennen von der Zeit von Ibrahim a.s.w. und die Hajj ist eine alte Pilgerfahrt. Und sie war schon da, als der Prophet s.a.w. noch nicht zu den Menschen gesandt worden war. Und Allah sagte, wer in ihnen in diesen drei Monaten die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, Faradah, es sich selbst zur Pflicht gemacht hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und die Aussage, wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, ist bei den Mehrheiten der Ulama bedeutet, dass man sie auch vorher beschließen kann. Das heißt, bei den Mehrheiten der Ulama, außer bei der Schafi'iyah, darf man die Pilgerfahrt, das heißt, in den Ihram-Zustand eintreten, noch vor Schawal. Aber man macht sich das Leben selbst schwer, wenn man so etwas macht. Wenn man drei Monate, oder ich meine gute zwei Monate, mehr als gute zwei Monate im Ihram-Zustand sein möchte, wegen der Hajj, das ist eine Last, die man sich selbst auferlegt hat. Also, man kann es sich auch einfacher machen. Und, weil Allah ihm gesagt hat, wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, was da auch hinweist, dass man sie auch außerhalb dieser Zeit beschließen darf. Allah sagt, der darf keinen Beischlaf ausüben. Und alles, was dazu gehört, Beischlaf, er darf auch nicht heiraten, er darf nicht verheiraten, und er darf auch nicht im Auftrag von jemandem jemand anderes verheiraten als Wakeel, darf er auch nicht. Und er darf auch nicht, mit einer Frau etwas machen, was auch in dieses Thema, was zu diesem Thema dazugehört. Keinen Frevel begehen, das heißt, ungehorsam sein, und die Pflichten zu unterlassen. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, wer eine Sünde begeht im Hajj, so verringert es den Lohn seiner, seinen Hajj. Und, er hat nicht mehr das Versprechen des Propheten, dass seine Sünden ihm vergeben werden. Denn der Prophet hat gesagt, wer Hajj macht, und keinen Beischlaf auszübt, und nicht frevelt, der kehrt zurück, wie an dem Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Und wer eben gefrevelt hat, der wird eben nicht dieses Versprechen vom Propheten, s.a.w. erhalten. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, es gibt eine kleine Menge von Gelehrten, die gesagt haben, dass der Hajj ungültig wird durch Frevel, während der Hajj, aber die Ansicht der Mehrheit ist richtiger. Aber die Belohnung wird dadurch verringert, Allah, s.a.w. hat seinem Gesandten, s.a.w. eingegeben, und der Gesandte, Allah, s.a.w. hat gesagt, Al-Umratu ila al-Umrah kaffaratun lima baynahuma, wal-Hajj ul-Mabrur leysa lahu jazaun illa al-Jannah. Der Hadith ist bei Muslim, und zwar, heißt es, wenn man die Umrah nach und nach durchzieht, durchführt, dann ist sie eine Tilgung der Sünden, die zwischen diesen zwei Umrah durchgeführt worden sind. Eine Tilgung der Sünden zwischen diesen beiden Umrah. Wal-Hajj ul-Mabrur und der Hajj, der gesegnete und angenommene Hajj, für den erhält man keine Belohnung, außer das Paradies. Und Gelehrten haben gesagt, Al-Mabrur wa al-Maqbool al-ladhi la ma'asiyata fih. Das heißt, Al-Mabrur ist der Hajj, der angenommen worden ist, und in dem man nicht gesündigt hat. Möge Allah s.a.w. uns zu denjenigen gehören lassen. Und deswegen, wer streitet, der läuft der Gefahr aus, dass Allah s.a.w. sein Hajj von ihm nicht annehmen wird. Allah sagt, und was ihr an Gutem tut, und auf Arabisch das Wort, min khair, wa ma taf'alu min khair, das heißt, irgendeine Art von Gutem. Egal was es ist. Und wenn es nur ist, wie es im Hadith heißt, wer sogar eine gute Absicht, eine gute Tat nur beabsichtigt, und sie danach nicht durchführen kann, der wird trotzdem dafür belohnt. Da geht eine Hasana. Und wer sie durchführt, kriegt sie zehnfach. Wer sie durchführt, kriegt sie zehnfach. Und wer eine schlechte Tat tut, bekommt er einmal niedergeschrieben. Und wer eine schlechte Tat vorhat, und sie dann doch nicht tut, bekommt eine gute Tat niedergeschrieben. Also, die Barmherzigkeit Allahs ist gewaltig. Und was ihr auch immer an Gutem tut, Allah weiß es. Alhamdulillah. Also, Alhamdulillah, müssen wir nicht unsere guten Taten aufschreiben, und dann noch am Tag der Auferstehung Beweise bringen, und Zeugen bringen, ich habe gebetet, guck mal, und dann sagt man mir, du hast keinen Beweis dafür. Nein, Alhamdulillah. Es wird ja aufgeschrieben. Deswegen sagen wir, radina billahi rabban. Das heißt, wir sind mit Allah als Herrn zufrieden. Weil er ist Al-Alim, der alles weiß. Und wenn er diese Eigenschaft nicht hätte, das wäre schlimm für uns. Aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, ist Al-Alim, eine edle Eigenschaft von ihm, edler Name von ihm, dass er eben alles weiß, und deswegen brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und deswegen hat ja, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ta'ala, als er diese Gruppen von Menschen gesehen hat, die in einer Moschee auf einer verbotenen Art und Weise Allahs Gedenken im Kreis sitzen und auf einer Form, die die Gefährten verabscheuen, weil es eine Bid'a war, dann hat er gesagt zu ihnen, ihr solltet lieber eure Sünden zählen, denn ich garantiere euch, dass eure guten Taten nicht verloren gehen. Denn ich garantiere euch, weil sie haben mit Steinen gezählt, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ula hilal Allah, haben sie gezählt, und wie der macht sei, der, 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 der Schahit, also der, der, der Grund, warum ich das erwähnt habe, ist, weil die guten Taten, sie gehen nicht verloren, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yudhi'u, ajra man ahsana amala, also Allah lässt die, die Tat desjenigen, der eine gute Tat verrichtet, nicht verloren gehen. Und Allah sagt, und versorgt euch mit Reisevorrat, und versorgt euch mit Reisevorrat, wa ta'zawwadu. Das hat einen Offenbarungsgrund, und zwar hat Ibn Abbas, radiallahu anhumma, uns gesagt, kana ahlul yamani yahujun, wa la yatawwadun, das heißt, die Leute von Jemen, die Leute von Jemen, pflegten zu Hajj zu kommen, und nicht für Vorrat zu sorgen, nicht für Proviant zu sorgen, sie haben kein Essen, trinken mitgenommen, für die ganze Hajj, oder Geld, oder ähnliches. Und sie haben gesagt, wir vertrauen auf Allah. Wir gehen zu Hajj, nehmen kein Essen, kein Trinken, kein Geld mit, und wir vertrauen auf Allah. Das heißt, dann sagt Ibn Abbas, also sie haben gesagt, wir vertrauen auf Allah. Als sie dann nach Makkah gekommen sind, haben sie angefangen, die Menschen anzubetteln. Haben sie angefangen, die Menschen anzubetteln, und dann hat Allah, deswegen diesen Vers abgesandt, und zu ihnen gesagt, und versorgt euch mit Reisevorrat. Und da ist ein edler Beweis, dass diejenigen Menschen, die denken, wenn sie, wie heißt es, nur ihre Gebete verrichten, in der Moschee, und niemals arbeiten gehen wollen, dass sie einfach auf dem falschen Weg sind, und dann im Islam muss man etwas dafür tun, dass man seinen Unterhalt erwirbt, und es wird, denn der Himmel regnet kein Gold, sagt man einfach, habe ich, denn der Himmel regnet kein Gold, sondern die in diesem Leben, Allah gibt seinem Rizq, wem er will, und demjenigen, der sich Mühe gibt, und der die Ursachen benutzt, um Rizq zu bekommen, und so weiter und so fort. Und trotzdem glauben wir, dass Allah, der derjenige ist, der Rizq gibt. Und es kann sein, und es kann sein, dass man die Ursachen in Anspruch nimmt, und versucht zu Rizq zu bekommen, man bekommt es nicht, weil Allah einen nicht gibt, kann sein. Und andere Leute, sie tun nicht, und sie bekommen. Das kann sein. Aber allgemein gesehen, wer arbeitet, bekommt. Wer nicht arbeitet, bekommt nicht. Und darin ist ein edler Vers, ein Beweis dafür, und wie wichtig es ist, dass man die Verse des Koran versteht, und wie wichtig es ist, dass man die Verse des Koran versteht. Der Hadith ist bei Al-Bukhari, also dieser Hadith Moukouf, von Ibn Abbas, der ist bei Al-Bukhari. Und versorgt euch mit Reisevorrat, doch der beste Vorrat ist die Gottesfurcht. Die beste Vorrat ist die Gottesfurcht, und zwar, dass man eben nicht die Menschen anbettelt, dass man nicht die Menschen anbettelt, und überhaupt, die beste Vorrat für die Reise, in das nächste Leben, ist Al-Takwa. Denn wenn man Al-Takwa ausgestattet ist, und Al-Takwa in sich hat, dann wird man am Tag der Auferstehung erfolgreich sein, und da braucht sich keine Sorgen machen. Und wenn man Al-Takwa hatte, dann wird Allah SWT einem erlauben, aus dem Haud, aus dem Becken des Propheten, zu trinken, aus seiner eigenen Hand, und wenn man daraus getrunken hat, am Tag der Auferstehung, wird man keinen Durst mehr verspüren. Niemals. Niemals mehr durstig sein. All dies, wenn man ausgestattet ist, mit der Al-Takwa und Gotteswürstig war. Und fürchtet mich, oh, die ihr Verstand besitzt. Und fürchtet mich, oh, die ihr Verstand besitzt, denn diejenigen, die keinen Verstand besitzen, sie werden erst gar nicht angesprochen. Also Tiere sind Rer-Mokallav. Das heißt, die werden gar nicht zur Verantwortung gezogen. Denn als nächstes, wenn man sie ansprechen würde, und ihnen sagen würde, tut das, tut jenes, dann würden sie nicht zuhören. Und ebenso gibt es von den Menschen, Menschen, die angesprochen werden, und nichts verstehen, und Menschen, die angesprochen werden, und verstehen. Und was dazu führt, dass man die Verse Allahs versteht, was dort gesagt wird, ist, dass man sich bewusst macht beim Lesen, dass derjenige, der spricht hier, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man sich das bewusst gemacht hat, dass der Herr der Welten hier spricht, und dass dieses Gesetz über jedem anderen Gesetz steht. Zweifellos. Dieses Gesetz Allahs steht über jedem anderen Gesetz. Und der Beweis dafür ist alleine schon, dass das Gesetz Allahs ändert sich nicht. Die Gesetze der Menschen ändern sich. Warum? Weil sie von Zeit zu Zeit erkennen, dieses Gesetz war nicht gut. Dieses Gesetz hat verursacht, dass 50.000 Menschen dieses Jahr gestorben sind. Also ändern wir das Gesetz. Im nächsten Jahr sterben 60.000. Sagen sie, nein, wir müssen es nochmal verbessern. Und dann sterben wieder dann nur 40.000. Wie dem auch sei, durch solche Gesetze, die die Menschen manchmal machen können, geht sehr viel Unheil in die Welt. Aber die Gesetze Allahs, Alhamdulillah, sie kommen ja von dem Allwissenden. Sie kommen von dem Schöpfer. Und Allah sagt, ala ya'lamu man khalaq. Weiß denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid? Selbstverständlich. Derjenige, der erschaffen hat, weiß am besten Bescheid. Und fürchtet nicht, oder ihr Verstand besitzt. Allah sagt, als Ersatz dafür, er hat ihnen verboten, zu betten. Und sie kommen aus dem Jemen hierher, ja, und sie haben vielleicht kein Geld, was sie von zu Hause hätten mitnehmen können. So hat Allah, und sie hätten also nicht, manche von ihnen haben nicht die Möglichkeit, so viel Proviant aufzubringen, oder Vermögen anzuhäufen, dass sie die ganze Strecke zu Hajj hin, und das Bleiben dort, und wieder zurück, für sich finanzieren können. So hat Allah, aus seiner Barmherzigkeit heraus, hat er ihnen erlaubt, Handel zu treiben. Er hat ihnen erlaubt, im Hajj zu handeln. Und so ist es erlaubt, Tejarat zu machen, während man im Hajj ist. Das ist erlaubt, und halal, Allah sagte, es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Hult von eurem Herrn trachtet. Und gemeint ist hier, zu Handel zu treiben, während der Hajj. Und das hat Allah, einem erlaubt. Na, doch, wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte. Doch wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, wann strömt man von Arafat, und wohin strömt man nach Arafat? Nach Muzdarifa. Sobald man in Arafat die Sonne untergeht, betet man kein Maghrib-Gebet in Arafat, das ist die Sonne des Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam, sondern man geht erst nach Muzdarifa, und erst, wenn man in Muzdarifa angekommen ist, entweder man kommt zur Isha'at-Zeit an, dann betet man Maghrib und Isha'at, zur Zeit von Isha'at-Zeit, kommt man früher an, betet man beides zur Maghrib-Zeit. Das ist die Sonne des Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam, das heißt, wenn ihr von Arafat her geströmt seid, also am 9. Dholhijjah, nach Sonnenuntergang, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Gebetsstätte. Die geschützte Gebetsstätte ist Al-Mash'ar, Al-Haram, und ist damit gemeint Muzdarifa, und ist damit gemeint Muzdarifa. Dort betet man, wie gedenkt man Allahs dort, indem man das Maghrib-Gebet dort verrichtet, das Isha'at-Gebet dort verrichtet und das Fajr-Gebet dort verrichtet, am Eid-Tag. Und der Ausdruck von Allahs wa ta'ala, U'indal-Mash'ar al-Haram, also gedenkt Allahs bei der geschützten Gebetsstätte, ist ein Beleg dafür, dass Muzdarifa gehört zum Haram dazu. Muzdarifa gehört zum Haram, Gebiet dazu, zur Heiligen Zone dazu, und Arafat nicht. Und Arafat nicht. Und gedenkt seiner, wie er euch rechtgeleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irrgehenden gehörtet. Die größte Ni'mah von Allahs subhanahu wa ta'ala überhaupt ist, dass er uns zum Islam geleitet hat. Die größte Ni'mah von Allahs subhanahu wa ta'ala überhaupt ist, dass er uns zum Islam geleitet hat. Und das ist, wie gesagt, ein Tafsir dieses Ausdrucks, also wenn Ni'mah im Koran vorkommt, und ein Mufessar sagt, hier ist gemeint der Islam, der nächste sagt, hier ist gemeint der Iman, der nächste sagt, hier ist gemeint, dass du die Wahrheit erkennst, und so weiter und so fort. All diese Aussagen sind richtig, und widersprechen sich nicht, sondern sie sind sich ergänzend, und ein Teil dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, und ein Teil dessen, was Allah gesagt hat, und das heißt, auf Arabisch, Tafsiru Shay Bi-Ba'dihi, das heißt, auf Arabisch, Tafsiru Shay Bi-Ba'dihi, dass man etwas interpretiert, mit einem Teil der Bedeutung dessen, was dort steht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auch im Surah Al-Imran, im 103. Vers, und gedenkt Allahs Gunst an euch, Ni'mah, als ihr Feinde wart, und dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet, und als ihr am Rand einer Feuergrube wart, und der ich dann davor errettete, und ihr am Rand einer Feuergrube wart, und der ich dann errettete durch den Islam, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, obwohl ihr vor dem war nicht zu den Irregehenden gehörte, was waren die Araber vor dem Islam? Sie waren im Shirk, sie waren im Kofr, es gab Sinah, es gab Mord, es gab über As-Sinah, sage ich euch etwas, und als Beispiel, als Beispiel dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns recht geleitet hat, und auf den richtigen Weg gebracht hat, aus dem Irrtum heraus, ist das, was Aisha radiallahu anha uns mitgeteilt hat, in der vorislamischen Zeit, um zu sehen, wie in der Irre gefallen die Araber teilweise waren. Sie sagte, dass die Hochzeit, in der vorislamischen Zeit, gab es vier verschiedene Arten, wie die Menschen geheiratet haben. Es gab vier verschiedene Arten, wie die Menschen geheiratet haben. Die erste Art, sie haben so geheiratet, wie wir Muslime heutzutage heiraten. Die zweite Art, ist folgende, nach einer Menstruation, geht eine Frau, zu irgendeinem bestimmten Mann, verkehrt mit ihm. Ihr Mann, der sie haben will, hingegen berührt sie in dieser Phase gar nicht. Wenn sie schwanger wird, war es ein Zeichen, dass sie fruchtbar ist. Wenn der Mann sie wollte, konnte er sie dann zurücknehmen, konnte er sie dann nehmen, als Frau. Die dritte Möglichkeit war, eine Gruppe von Männern, weniger als zehn, verkehrten alle mit derselben Frau. Wenn sie dann schwanger geworden ist, und ihr Kind zur Welt gebracht hat, dann rief sie die Männer zu sich. Sie sucht sich dann den Mann aus, den sie haben will, als Vater. Und die vierte Möglichkeit war, Frauen, mit denen jeder verkehren durfte, wenn sie schwanger wurde, wurden die betreffenden Männer gerufen, und man schrieb das Kind demjenigen zu, der dem Kind am meisten ähnelte. Und dann sagte, Aisha radiallahu anha, als dann Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, mit der Wahrheit gesandt wurde, vernichtete er diese Formen, bis auf die Form, die heute noch erhalten geblieben ist. Und alhamdulillah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, naam, auf jeden Fall, der Irregang, sie gehören zu der Irregenden, die Irrtum, war al-Kufr, al-Shirk, al-Sinah, wie wir gerade gesehen haben, Mord, wegen Ehre, Kriege, zwischen Stämmen, und im Gegensatz zu Ahl al-Kitab, hatten sie nicht einmal ein Buch, an dem sie sich gerichtet haben, weil sie Mischrikin waren, naam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiterströmen, und bittet Allah um Vergebung. Hier gibt es auch einen Offenbarungsgrund, und zwar, Allah sagte über den Vers, Die Leute von Quraysh sahen sich als Bewohner des Haram, die Leute von Quraysh sahen sich als Bewohner des Haram, der heiligen Zone, und blieben in Musdalifah, an dem Tag, wo die anderen Menschen in Arafat waren. An dem Tag, wo alle anderen Menschen in Arafat waren, sind sie nicht in Arafat gegangen, weil Arafat ist außerhalb des Haram, und sie wollten als Bewohner des Haram nicht rausgehen, und blieben einfach in Musdalifah, dort stehen, und sind nicht weitergegangen. Und der Rest war am Neunten Tag in Arafat. In Hajjat al-Wada'a, in der Abschiedspilgerfahrt, und Abschiedspilgerfahrt heißt nicht, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, viele Pilgerfahrten gemacht hat, und das war die letzte, nein, das heißt, es war die Pilgerfahrt, in der er sich mehr oder weniger von den Muslimen verabschiedet hatte, weil er wenige Zeit danach schon gestorben ist, sallallahu alaihi wa sallam. In Hajjat al-Wada'a, warteten sie ab, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, macht. Und sie haben gesehen, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, nach Arafat gegangen ist, und es liegt außerhalb des Haram. Und dann wurde ihnen angeordnet, in diesem Vers, mit den Menschen zusammen, nach Arafat zu gehen, und dann von Arafat nach Musdalifah zu strömen, weil es Menschenmassen sind. hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiter strömen, also von Arafat nach Musdalifah. Und bittet Allah um Vergebung. Und deswegen das Wort, hier ist nicht zeitlich zu verstehen. Und auch hierauf ist vielleicht ein bisschen irreführend, die Übersetzung. Besser wäre es zu übersetzen hier, und außerdem, besser wäre es zu übersetzen hier, und außerdem strömt weiter, woher die anderen Menschen weiter strömen. Und nicht zeitlich zu verstehen, denn sie haben ja gerade, sind ja gerade von Arafat nach Musdalifah gegangen, wie ich gerade eben gesagt habe. Deswegen nicht hierauf, sondern das passiert gleichzeitig. Das ist der, oder vorher sogar, weil sie erst nach Arafat gehen müssen. Das ist in Bezug auf das Wort. Thumma in 1.199. Dann Aisha radiallahu anha hat gesagt, كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمونها, أي وكان يسمون الحمس. وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام, أمر الله النبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم ما يقف بها ثم ما يفيد منها فذلك قوله تعالى ثم ما أفيد من حيث أفضلناس Also sie sagt, رضي الله عنها, dass قريش und die Leute, die so genau gehandelt haben wie sie, in Musdalifah pflegten, stehen zu bleiben und eben nicht weitergegangen sind mit den anderen Leuten. Und dann als der Prophet صلى الله عليه وسلم mit dem Islam kam, hat Allah ihm angeordnet, dass er nach Arafat gehen soll und dort stehen soll und dann von dort aus strömen soll nach Musdalifah und das ist die Bedeutung dieses Verses hat sie uns رضي الله عنها ورضاها mitgeteilt und bittet Allah ist allvergebend und barmherzig الحمدلله und bittet Allah um Vergebung Denn wie beim Gebet am Ende Nachdenken sagt man أَسْتَغْفِرُ الله أَسْتَغْفِرُ الله أَسْتَغْفِرُ الله Und da sagt jede Person für sich, nicht eine Person für alle, jede Person sagt für sich أَسْتَغْفِرُ الله Ich bitte Allah um Vergebung Ich bitte Allah um Vergebung Ich bitte Allah um Vergebung Und die Hikmah, die dahinter steckt ist, dass der Mangel, den man im Gebet hat, ausgeglichen wird, denn keiner von uns schafft es, so ein Gebet zu verrichten, wie der Gesandte Allah selbst, der vom Anfang bis zum Ende Demut hatte und Allah so angebetet hatte, wie er es aus menschlicher Sicht verdient, angebetet zu werden. Damit meine ich, Allah verdient noch viel, viel mehr als das, aber das, was wir können und der Prophet hat es auf beste Art und Weise vorgemacht. Und ebenso im Hajj bitten wir Allah um Vergebung, nachdem wir die Rituale vollzogen haben, denn wir haben mit Sicherheit auch Fehler gemacht und nicht alles genauso gemacht, wie der Gesandte Allah es gemacht hat, sondern nur nach bester Möglichkeit. Wenn ihr dann, und Allah ist allvergebend und barmherzig, Alhamdulillah, wie ein Versprechen beinhaltet, dass er uns auch inshallah vergeben wird. Wenn ihr dann eure Riten vollzogen habt, das heißt die Gottesdienste des Hajj, dann gedenkt Allah, wie ihr eurer Väter gedenkt. Denn wenn man seine Riten vollzogen hat, was macht man dann? Man geht nach Minna zurück, man geht nach Minna zurück, und verbringt dort die letzten, die Ayahme, Tashriq und den Eid-Tag verbinden und dort und ruht sich dort aus und dort gedenkt man Allahs, wie man seiner Väter gedenkt oder noch mehr. Und das hat ein Offenbarungsgrund oder es wird erzählt und gesagt, dass die alten Araber zu diesem Zeitpunkt sich gegen ihre eigenen Vorväter gedacht haben. Dass sie ihre eigenen Vorväter gedacht haben und so sagt Allah, dass wir jetzt Allahs gedenken sollen. Wir machen die ganze Sache für Allah, subhanahu wa ta'ala, und ihm gedenken sollen oder mit noch innigeren Gedanken au ashadda zikra und das Wort au bedeutet hier bel und deswegen zu übersetzen mit oder ist die wortwörtliche Übersetzung allerdings besser übersetzt wäre es, indem man sagt sogar mit noch innigerem Gedanken. Das Wort au auf Arabisch kann auch bedeuten bel also nicht es ist keine Auswahl gedenkt Allahs wie ihr eurer Väter gedenkt oder noch mehr nein sondern gedenkt Allahs wie ihr eurer Väter gedenkt nein sogar noch mehr und das ist ein sprachliches Mittel um zu betonen dir sagt man etwas erstmal was du verstehst du kannst Allahs gedenken wie deinem Vater dann weißt du wie intensiv das ist und dann sagt man dir und jetzt noch mehr als das und jetzt noch mehr als das und dieser dieser Uslub diese Möglichkeit gibt es im Koran mehr als einmal oder mit noch innigerem gedenken unter den Menschen gibt es manch einen der sagt unser Herr gib uns in diesseits Gutes doch er hat am Jenseits keinen Anteil warum weil das sind diejenigen Menschen sie glauben nicht an das Jenseits sie sagen oh Allah gib uns in diesem Leben egal Gutes nein nicht Gutes es heißt Rabbana Atina Fiddunia es heißt gib uns in diesseits egal ob es Gutes Schlechtes Halales Haram ist viele Menschen sie kümmern sich nicht in ihrer Tejara darum dass sie Halal ist oder um das was sie essen ihnen ist egal ob es Halal oder Haram ist Hauptsache sie bekommen ihren Rizk irgendwie ob aus Haram oder aus Halal das sind diejenigen Menschen die sagen durch ihre Taten sagen sie gib uns in diesseits Gutes äh gib uns in diesseits nicht Gutes irgendetwas und viele von den diejenigen die keine Muahidun sind das heißt die den Tauhid nicht umsetzen bitten Allah nur um Sachen für das diesseits nur um Sachen für diesseits du findest ihn sehr sehr strengt er sich an beim Dua für ein Auto oder Dua fürs Heiraten oder Dua für was weiß ich ein Haus bauen oder ähnliches oder für eine Arbeit finden oder Geld verdienen aber investiert er genauso viel Zeit oder noch mehr dafür dass Allah um Verzeihung bittet denn wer Allah wenn wer Allah um Verzeihung bittet dem wird Allah vergeben und wer Allah bittet er wird ihm geben aber das sind die Eigenschaften der gläubigen Menschen unter ihnen gibt es aber auch solche die sagen unser Herr gib uns in diesseits Gutes und im jenseits Gutes wie dem auch sei kommen wir nochmal zurück zu den Aussagen derjenigen die nur sagen unser Herr gib uns in diesseits doch er hat am jenseits keinen Anteil das ist ein Beleg dafür dass Allah die Gebete der Kuffar auch manchmal erhört und dass die Erhörung kein Beleg dafür ist dass Allah einen liebt und das ist der entscheidende Punkt für uns manche Leute denken wenn einer bestimmten Person etwas Gutes passiert und es ihr gut geht und die Gebete von ihm erhört werden das heißt Allah liebt ihn oder sie denken und das hört man viel besonders bei den so viele Sekten dass sie sagen unser Sheikh der Tarika ist ein Wali weil das und das bei ihm passiert ist weil er irgendein Wunder ist ihm passiert zum Beispiel dass das eines der verrücktesten Sachen die ich mal gehört habe war dass über einen Sheikh erzählt wird dass er selbst sagt er sagt ich war in Makkah und normalerweise macht man ja Tawaf um die Kaaba aber ich habe nicht Tawaf um die Kaaba gemacht sagt er und dann die Kaaba hat Tawaf um mich gemacht und dann bin ich zu einer Frau gegangen und habe ich zu ihr gesagt habe ich zu einer Frau gesagt hast du das wirklich gesehen hat sie gesagt ja ich habe das gesehen die Kaaba hat um dich Tawaf gemacht und seitdem ist der Sheikh der Tarika und die Leute denken er ist ein nahes Schäden der Allah diese Sache es kann sogar sein dass Allah es gemacht hat um ihn in die Irre zu führen Allah führt in die Irre wenn er will er leitet recht wenn er will und er führt auch in die Irre wenn er will es kann sein dass er dir Geld gibt als Fitna für dich damit er dich in die Irre führt damit du das Jenseits vergisst und manches wegen ist für manche Leute Geld schlecht für manche Leute Geld schlecht und deswegen ist ein so ein solche sogenannten Wunder heißt nicht dass diese Person etwas Besonderes ist im Gegenteil es kann eine Niqma für ihn sein es kann etwas eine üble Sache für ihn sein und für die den Gläubigen ist eine Karama ist eine gute Sache aber für den für denjenigen der nicht aufrechtigen Pfad ist es eine schlechte Sache weil er denkt er ist gut und Allah macht ihn dadurch blind und er denkt dann er hat sein Ziel erreicht und wenn er dann auch noch ein extremer ist dann denkt er hat wie manche verstehen den Vers im Koran falsch und diene deinem Herrn bis du die Gewissheit erlangt hast manche von diesen extremen Menschen sie sagen sobald du die Gewissheit erreicht hast die höchste Stufe im Glauben dann brauchst du Allahs nicht mehr zu gedenken du brauchst nicht mehr beten und sie verfallen im wirklichen Koffer weil jetzt fangen sie an zu leugnen dass sie beten müssen und dann sind sie durch Übereinkunft der Muslime aus dem Islam rausgetreten und so gefährlich ist es deswegen nicht jede Sache die einem passiert ist ein gutes Zeichen was Allah dir gibt an schlechten Allah sagt sogar bei dem Dschihad sagt er und er sagte es kann sein dass es eine Sache gibt die hasst ihr aber sie ist gut für euch und es kann sein es gibt eine Sache die liebt ihr und sie ist schlecht für euch deswegen diese Sachen beweisen nicht dass Allah wer auf dem richtigen Weg ist und ihm passieren gute Dinge so soll er Allahs gedenken und Allah loben und wenn ihm etwas schlechtes passiert wie es im Hadith Godzi heißt er soll dann niemanden taten niemanden taten außer sich selbst unter ihnen gibt es aber auch solche unter den Menschen die sagen unser Herr gibt uns in diesseits Gutes und im Jenseits Gutes das sind die rechtschaffenen Menschen die so etwas sagen in diesseits Gutes rechtschaffende Frauen rechtschaffende Kinder Halal Versorgung und im Jenseits Gutes die Errettung aus der Hölle und das Paradies und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers Qatada Rahimahullah anada tabi'in er sagte ich habe Anas er radiyallahu anhu aradahu gefragt dem Diener des Propheten sallallahu alaihi sallam er sagte der Dua den der Gesandte am meisten gesprochen hat ist O Allah gib uns in diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und schütze uns oder und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers und der Hadith und er unterließ diejenigen Ad'iyah die spezifisch sind er liest die Ad'iyah die spezifisch sind und das gehört zu Tawakkul es gehört zum Vertrauen in Allah denn Allah s.w.t. der am besten weiß was für ein Gutes ist und was ein Schlechtes deswegen bittet man Allah allgemein darum was gut ist und auch wenn man für eine bestimmte Sache bittet Allah s.w.t. ist erlaubt nur soll man auch aber allgemein hält man sich an die allgemeinen Ad'iyah denn nur Allah weiß am besten was für ein Gutes und was für ein Schlechtes und der zunächst Vorteil ist wenn man sagt oh Allah gib mir von allem Guten dann gibt Allah von allem Guten einem aber wenn ich Allah nur um eine gute Sache bittet kriege ich diese eine Sache vielleicht nur und das ist sehr sehr wenig Allahs Barmherzigkeit ist größer als das also bitte ich ihm um einfach und sage zwischen dem Dua oh Allah ich bitte dich um alles Gute worum dich auch der Prophet gebeten hat s.w.t. dann habe ich schon alle Dua's gesprochen der Prophet auch gesprochen hat für jene gibt es einen Anteil an dem was sie verdient haben und Allah ist schnell im Abrechnen und Allah ist schnell im Abrechnen die Abrechnung Tag der Auferstehung man erwartet sie 50.000 Jahre 50.000 Jahre wartet man darauf dass endlich die Abrechnung stattfindet natürlich für den gläubigen Menschen geht sie herum wie ein Pflichtgebet wie ein Pflichtgebet ist die Zeit vorbei und sie werden sich aufhalten wo im Schatten Allahs sie werden sich aufhalten im Schatten Allahs an einem Tag an dem es kein Will gibt Schatten gibt außer einem Schatten Schatten Allahs und wie die gesagt wird gelehrten ist der Schatten des Thrones oder ein Schatten den Allah erschaffen hat ein Schatten den Allah erschaffen hat auf jeden Fall weil in einem Hadith heißt es nämlich der Schatten des Thrones weil in einem Hadith heißt es Schatten des Thrones und Allahs weil es ist nicht vernünftig zu sagen der Schatten von Allah selbst weil die Sonne ist viel kleiner als Allah Allah ist größer als alles andere deswegen kann man nicht sagen deswegen kann man nicht sagen dass die Sonne den Schatten Allahs wirft nein auf keinen Fall und wer ist es der Schatten des Thrones oder ein Schatten den Allah erschafft und darunter werden die gläubigen Menschen sein und es genießen mit den Propheten zusammen zu sein und dann wird die Zeit der die Zeit dieser 50.000 Jahre wird vorüber gehen wie ein Pflichtgebet und danach wenn dann das Gericht endlich anfängt was passiert dann dann wird das Gericht in einem Augenblick fertig sein also werden die ungläubigen also die Menschen die gläubige Menschen sehen was die Schatten haben und sie nicht rüberlaufen können Allah warum nicht kann sein kann sein Allah weiß ich nicht und Allah sagte dann im Vers 203 und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen dazu gehört auch das Gedenken beim Opfer das Gedenken beim Werfen der Säulen am Jamarat und an bestimmten Tagen sind Ayyam Al-Tashriq der 11. 12. und 13. von Zul-Hijjah und wie gedenkt man Allahs an diesen Tagen der nicht Muhrim derjenige der sich nicht im Ihram Zustand befindet also derjenige der nicht im Hajj ist er beginnt Al-Takbir und Al-Tahlil und Al-Tahmid er sagt also La ilaha illallah und sagt Allahu Akbar Alhamdulillah preist Allah ab Fajr vom Tag von Arafat ab Fajr vom Tag von Arafat bis Asr am 13. Zul-Hijjah nach jedem Gebet und da derjenige der sich im Hajj befindet bis zum Ducha bis zum Vormittag des Yomel Nahar des Eid Gebetes bis er die große Säule bewirft Bescheidigt ist mit Talbiyah beginnt er erst diese Sache beim ersten Zuhur Gebet am Eid Tag weil morgen also am Vormittag am Eid Gebet am Eid Tag am Vormittag wirft er die große Säule und bis dahin ist er mit Talbiyah beschäftigt bis zum Ende und dann ab Zuhur ist das erste Gebet wonach er dann anfängt Allahs zu gedenken mit und das gilt nur für die Pflichtgebete und ansonsten gibt es Tagbir Mutlaq das heißt überhaupt Tagbir kann man zu aller Zeit sagen nicht nur nach den Pflichtgebeten an allen 10 Tagen plus der Eid Nacht bis man eben zum Eid Gebet bis man das Eid Gebet beginnt also in allen 10 Tagen überhaupt kann man Tagbir sagen egal wann und es auch überliefert dass man sogar in die Märkte geht und so Tagbir sagt und die Leute sagen auch Tagbir und so weiter und so fort wer sich jedoch in zwei Tagen mit dem Aufbruch beeilt den trifft keine Sünde wenn man zum Hajj geht sind normalerweise die 11. 12. und 13. an jedem dieser drei Tage bewirft man alle drei Säulen und wenn man allerdings sich beeilt nach dem zweiten Tag und die Heidich verlassen möchte um in seine Heimat zurückzukehren darf man das und man braucht den 13. Tag nicht bleiben der 13. Tag ist ein freiwilliger Tag also die ersten zwei sind Pflicht der dritte Tag ist freiwillig wenn man also sich beeilt das heißt vor dem Sonnenuntergang am 12. Tag Minna verlässt dann trifft einem keine Sünde und was macht man danach man geht natürlich erst noch nach Makkah um dort Tawafel Wada'ah zu machen und wer länger bleibt trifft auch keine Sünde das heißt wer länger bleibt bis zum 13. Tag und dann noch einmal alle drei Säulen zum dritten Mal bewirft dann trifft auch keine Sünde das gilt für den der gottesfürchtig ist und nicht für denjenigen also der den 13. Tag weglassen will damit er der Sunnah aus dem Weg geht oder für jemanden der Abscheu empfindet gegenüber Nusuk diesen Ritualen des Hajj für den gilt diese Erlaubnis nicht und fürchtet Allah und wisst dass ihr zu ihm versammelt werdet und fürchtet Allah indem ihr tut was er von euch verlangt und wisst dass ihr zu ihm versammelt werdet und deswegen egal was ihr in eurem herzen verbergt so wird Allah es offenkundig wird euch kundtun und wird euch sagen was ihr in euren herzen gehabt habt so bringt es nichts es für euch selbst zu verheimlichen denn am Tag der Auferstehung wird euch sagen was ihr getan habt und sallallahu barak albina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam deslima kathira